Guck guck Da ist der wieder Herzlich willkommen zurück bei Jack Zock Tales of Monkey Island Der fünfte Teil der Reihe Jo weiter gehts Jo Wir sind ja das letzte mal hier stehen geblieben und muss ich einen Cliffhanger machen Weil ich habe ganz zu lange gegangen Ich wollte es nicht übertreiben Jo Ähm Jo ok Ja Oh Jetzt hier und mach mal ein Kling Kling Jo Ja Nein Mh Warte mal was macht der jetzt Es ist ein Pedal mit dem Ja Ja Nun komm schon Jack Bring mir den Schlüssel Was ist denn Kleiner? Bist du hungrig? Müssen wir aufs Töpfchen? Aufs Töpfchen stimmt's? Hm Ich könnte schwören dass ich schon mal gesehen habe wie ein Affe das macht Jo So Drück mal hier drauf Direkt den Schlüssel rüber Das ist es auf geht's du außergewöhnliche anziehende Affe Ah Ja Harte ich Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel ins Schloss bekommen Tadaa Monsieur Sribut Was machen sie denn da? Los Sofort zurück auf ihren Tisch Tut mir leid Doc aber ich will mir noch eine zweite Meinung einholen Danke jedenfalls für die Betäubung meiner Hand Das ständige Schlagen und Gestikulieren ging mir schon ganz schön an die Substanz Halt Elektroschock geiler Affe Ich muss ihre wunderschöne dem Tod trotz in der Hand einfach haben Kommen sie zu Liederliche Piraten Überall lassen sie ihren Dreck liegen Ein Piratenjäger ha Oh Okay Wir gehen jetzt mal auf das Schiff Jetzt da die Hand ja beruhigt ist Hoffe ich mal Dass wir jetzt hier diese Flasche rauskriegen Also die Flasche öffnen können Das speichern wir aber ganz gepflegt aber erstmal ab Das sind ja das schlimmste Speichervorgänge die ich jemals in dem Spiel erlebt habe Okay Gibt's ja kein Quicksafe Hat ich schon mal genau geguckt Die hab ich noch nicht geguckt Jo Okay Ähm Jetzt machst du mal diesen da Und diesen da Und diesen da Und diesen da Jo Elaine Ich komme Oder Vielleicht nicht Okay Und jetzt Jo Jo Wir haben ja das Ding hier Dann probieren wir mal Hä Wann jetzt Wo ist das Ding hin Flugblatt Antike Schriftrolle Genau das will ich hier haben Achso Weil ich es noch in Benutzung hatte oder was Das sieht vielversprechend aus Oh Achso Warte mal Och Ne Wir müssen also wieder in den Dschungel, oder? Geh ich jetzt mal stark davon aus. Halt doch einfach deine Fresse. Ja, 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 kostenlose Vokale. Wir gehen hier rein. Wir müssen also bei diesem Altar anfangen. Hier bei dem Ding. Ja, 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 da hat die Schnauze. Sichern. Ja, zum tausendsten Mal. So, hier, komm. Mach's weg. Äh, wir brauchen also jetzt das, was? So. Versuch für dem Ding mal hier, warte mal, zu folgen. Stellen diese Zeichnung den Winter? Hier haben wir angefangen. Reiterätischerweise müssten wir runter. Wir müssen eigentlich, laut dieser Zeichnung, weil ich die richtig deute, mach ich sowieso nicht, das weiß ich. Wir müssen zweimal runter und bis zur B... Mann! Ah, nicht, Leute, das treibt mir einen Puls so hoch. Ja, komm, ja, ja. Ja, wir müssen jetzt... So, weiß, so gut. So. Wir sind jetzt von dir aus runtergegangen. Nee. Das sieht vielversprechend aus. Wir sind dabei, wir speichern das jetzt mal, auch wenn das Speichern ja eine Stunde dauert. Wir speichern das jetzt mal Schritt für Schritt hier ab. Ja, jetzt sind dauernd noch, Mensch. Oh. Wir sind jetzt also bei einem Wildschwein. Das sieht vielversprechend aus. Naja. Wir müssen zum Brunnen. Der Brunnen war doch hier oben eigentlich, oder? So weit, so gut. Jo. Da steht drin, dass wir die Blumen rein schmeißen müssen. Und weil wir uns natürlich hier auch sicher sein wollen, sichern wir das Ganze. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal hier lang zu kommen, ohne dass ich hier auch nachgucken muss. Das würde mein Herz erfreuen. Ja, gespeichert haben wir. So. Jetzt gucken wir uns das Ding nochmal an. Jo, wir sind jetzt hier beim Brunnen. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Wir müssen zu dem Ding da kommen. Ja, mach zu den Scheiß. Nein, 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 nein. Nein. Das sieht vielversprechend aus. Genau. Jo, vom Brunnen aus rechts. Was? Es gab doch nur eine Richtung. Das war's, dann machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt erst mal, ja. Aber da gehen wir erst mal hier rechts lang. Das sieht vielversprechend aus. Da gehen wir mal zurück. Genau. Jetzt sind wir hier. Wir speichern das Ding abermals. Aber die Karte, die ist ja natürlich sowas von ungenau. Ehrlich. Viel wird gespeichert. Okay. Mal gucken wir das Ding nochmal an. Wir sind jetzt. Äh, beim Brunnen, wir sind, wo sind wir jetzt? Wir müssen, da müssen wir hin. Wir sind beim Brunnen. Wir machen einfach Schuss ins Blaue hier. Wir gehen einfach mal oben lang. Wir probieren es einfach. Ja, 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 du bist auf dem Dreck. Oh, Laden. Ja. So. Oben war falsch. Nochmal. Was ist das für eine Ansicht? So, oben war falsch. Wir gehen jetzt mal hier unten lang. Ja, links. So weit, so gut. Genau. Jetzt sind wir hier. Dort sollten wir auch hin. Aber jetzt ist ja richtig. Speichern. Das war's. Ich guck jetzt nicht auf die Karte. Was? Warte, warte. Ja, war irgendwas. Was muss hier jetzt drauf? Ach, ich soll... Ich soll eben auch drum rumrennen hier, oder was? Ja, nur lauf doch mal. Ich soll... Ich soll es jetzt so glücklich machen. speichern wir nochmal das machen wir wie in den letzten spiel bei diesen duellen ja bei diesen statt dass hier alles tausendmal machen muss leute das ist ehrlich das ist furchtbar wenn man das ja genau ja ja und wir alles von vorne hier das würde ich eventuell kriegen wenn ich speicher statt zu laden das würde ich am ende auch noch schaffen jemand kommt hatte nie gedacht jemals wieder hier rauskommen zu müssen aber es wird eine vorübergehende schwankung von plötzerns wind sein endlich hand in die hände zu bekommen seine hand in die hände zu bekommen was war das denn und was ist hinter dieser tür spiel wird gespeichert verlassen war ich aber nicht ein auto auf autosafe ich will meinen eigenen speicherplatz haben hier was haben wir eigentlich einstecken so ein käse jetzt reicht brauchen wir jetzt noch irgendwas von dem an von dem typen oder was haben wir dann einstecken das wäre eine lausige ich glaube nicht dass eine blumen kann ich jetzt hier einfach wieder zurück riesige tür öffnungen warte mal wir gehen mal zu dem orts hier hin der hat doch bestimmt diese perle oder sowas hat das ding noch aufgekriegt einhörner handgeblasene einhörner aus glas wo war der jetzt doch sie sind ich habe ihnen nichts mehr zu sagen es sei denn sie möchten ihre hand freiwillig den vorschritten der wissenschaft zur verfügung stellen 1 2 ok warum hast du eigentlich so großes interesse an meiner hand weil offensichtlich die krankheit die sie durchströmt eine vollständig neue lebensform ist die eigenständig bewegung erzeugen und totes gewebe übernehmen kann nicht dein ernst oder das ist ja so halt sagtest du eben etwas von totem gewebe meine hand ist nicht tot sie bewegt sich manchmal ganz von allein und genau das macht es ja so faszinierend eine scheinbar abgestorbene hand die sich ständig bewegt als würde sie von einer fremden kraft angetrieben man stelle sich nur die die möglichkeiten vor äh echt seltsame puppentheater weißt du es gibt noch andere kranke piraten die auch mit dieser krankheit infiziert sind warum trennst du nicht denen die gliedmaßen ab das habe ich aber ihr fall ist ganz außergewöhnlich ich muss diese hand haben wie wär's mit nein das werden wir ja sehen was machst du hier gibt es denn keine leicht verletzten piraten mehr die du verstümmeln kannst ich untersuche diese wunderbar glibrieren grünen wolken die sich über flotsam island versammelt haben bist du sicher dass du nichts über flotsams winde weist was wollen sie damit andeuten ich habe den eindruck dass dir diese verrückten winde sehr gelegen kommen schließlich sorgen sie für einen ständigen nachschub an patienten und all das ich habe keine ahnung wovon sie sprechen na komm schon gestehe es du bist der kerl der hinter diesen verdrehten winden steckt stimmt was für eine unglaubliche anschuldigung haben sie auch nur einen beweis das dachte ich mir doch einen schönen tag noch hier aber ich sagte einen schönen tag noch doch das sind für sie äh tschüss oder kann ich irgendwas mit dem benutzen doch das sind für nein auch verflucht doch mal doch das sind für sie nein nein tschüss oh so mal weg hier ja pack mal den scheiß weg anu 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 das wissen sie dass ich das sie nicht übersprimen kann dies gelatsche ja gehen wir rein da Tiefgekühlter Muskelmagen vom Huhn Tiefgekühlte Molchau Was da wohl? Finger weg! Jaja, komm Geh doch mal mit der alten Äh Nehmen wir mal an, dass ich, nachdem ich diese Insel verlassen kann, tatsächlich losziehe, um nach... Es ist ein gigantisch großer Seeschwamm Das hatten wir alles schon Weißt du etwas über den Marquis des Sinches? Ich vertraue dem Mann nicht Und verstehen tue ich ihn schon gar nicht Er hat versucht, mir die Hand abzutrennen Das überrascht mich keineswegs Wissenschaftler wie des Sinches Schrecken von nichts zurück Nur um ein paar belanglose Rätsel zu lüften Nur das Schicksal weiß Was er dieser armen Insel und seinen Bewohnern angetan hat Mh Ich habe Beweise entdeckt, dass Desinch die Winde von Flotsam Island manipuliert hat Dann musst du es irgendwie schaffen, ihnen ihre alte Form zurückzugeben Winde wie diese sind unnatürlich und müssen ihr Gleichgewicht wiederfinden Das sagt Elaine immer nach einem Abendessen mit Tacos Mh Erzähl mir noch etwas über... Nein Gut, das war schön beunruhigend, aber ich muss noch von einer Insel fliegen Möge dich... Ja, ja Bis wie soll ich das jetzt... Jetzt komm mal raus hier Irgendwas muss ich da mit dem Papagei oder mit der Wettervorne anfangen kennen Mh Das wäre eine lausige... Hm, nein Ist hier drüben noch was? Kannst du noch was zu sagen? Hallo Was willst du, Wilson? Wissen Wissen Ja, ja Was war hier? Mir verkinn hat keine Witze gemacht, auf Flotsam Island sind die Nachrichten langsam Was war hier? Pirat richtet Verwüstung an Bars ruiniert, Schiffe beschütten Chaos Cool Hm Was hat es denn da noch mit diesen Gefängnisschnutzereien auf sich? Nochmal Ich sehe schon, das wird nicht klappen Kann ich hier irgendwas anfangen damit? Ich glaube nicht, dass ein YouTube hier nützlich Ah ah So ein Käse hier Das wäre eine Das Ja, warte mal Aber hier ist auch nichts mehr Was? Obt ihr Schild? Geht aber auch hier Mann Was war denn das hier eigentlich? Was war denn das hier eigentlich? espresso Och nööööö Die wohl abgeschlossen oder? Natürlich was denn sonst? Warte mal, was holten Wer auch immer dieses Gefängnis gebaut hat, legte großen Wert auf Gänsehaut. Diese geschnitzten Augen sind ja gruselig. Warte mal, da sind doch Füße hier, oder? Das wäre eine lausige Sitzstange. Komm ich hier jetzt rein? Nö, oder? Hm... Hört, hört. Dank des unerwarteten Rückgangs krimineller Aktivitäten auf Lotsam Island habe ich das Gerichtsgebäude zugemacht und begebe mich auf eine oft verschobene Studienreise. Bleib bis zu meiner Rückkehr gesetzestreu, sonst gibt's Sau. Hm. Kann ich hier irgendwas an die Tür machen, zum Beispiel für das Ding hier? Nee. Das wäre eine lausige Sitzstange. Hm. Hm. Was ist, wenn ich jetzt die Kanone abfeuere? Kriegt das wieder zu dem da, oder? Ich habe wieder ein Schiff. Äh, du klär doch mal von alleine dort hoch, Mensch. Was ist das mit dir? Hm, da... Äh, du klär doch mal von alleine dort hoch, Mensch. Hm. Hm. Was habe ich gerade? Herrfahrts, oder was? Woh Gott. Das ist der Hauptmast der Screaming Narwhal, oder der Hauptbaum. Da kannst du dort mal hochklettern? Das ist der Hauptmast... Die ist nicht aus Unzerbrechlichen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Oder vielleicht heute. Hm. Keine Ahnung, was wir mit dem Feuer hier anfangen. Ich verbrenne das nicht. Vielleicht kann ich es nochmal... Die Käse hat Mauschen. Ich verbrenne das nicht. Ich verbrenne das nicht. Tja, jetzt suchen wir mal wieder her, wie die Verrückten hier... Also... Dr. DeSinch? Für... Nein! Tja. Dr. DeSinch? Für... Jetzt hat das kein Zweck hier, das wird irgendein... Tschüss. Oh. Ah, ah. Achso, warte mal. Die heutige Wettervorhersage verlangt nach LeChucks Pocken, die vom Gelatofelsen herströmen. Kombiniert mit flottsams andauernd dürftigen Winden, um einen Miststurm Kategorie 5 zu erzeugen. Das wäre eine lausige... Das glaub ich. Wir müssen auch damit irgendwas machen können. Ich glaube nicht, dass eine Blumenlampe hier... Was können wir denn hier benutzen? Hm, Mensch. Also gibt's noch irgendwas, was ich nicht habe. Nee. Wie gesagt, deswegen... Das sind alle... Ja, ja. Warte mal. Nachdem ich das Ding jetzt angeguckt habe. Vielleicht zielt er ja mal darauf. Oh Mann. Ich bin schon wieder. Ja, ja. Kann ich das Ding hier irgendwie... Warte mal. Nein. Das wäre eine lausige... Puh. Irgendwas mit diesem Ding da, dass er da drunter fliegt. Irgendwie, dass ich das Ding... Ich glaube nicht. Keine Ahnung. So. Wir sind auch schon fertig wieder für heute. Ich speichere das ganze Ding jetzt hier ab. Oh. Auf dem extra Platz natürlich. Speichern. Ja, und nochmal speichern. Ja, ich will wirklich speichern. Mein Gott, da wird man adelig. Ja. Äh. So, da verabschöre ich mich für heute. Ich hoffe, es hat euch doch trotz allem ein bisschen gefallen. Und damit... Dankeschön fürs Zusehen und... Auf Wiedersehen.